Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Hm? Ne Katze. Junge, was geht mit der Katze? Okay, das war cool. Nein, ich muss kurz hier draufdrücken, so. Ich dachte, ich dachte jetzt echt, der bleibt stabiler da draufstehen als ein Mensch. Äh. Okay, er ist sicher. Junge, er hat alles gewonnen, Alter. Ich stelle dir vor, dass mir alles in das Loch gefallen hat, boah krass. Was ist das für ein Greifautomat, Alter? Warum gibt es in China oder Japan so krasse Greifautomaten und bei uns gibt es halt immer nur dieselbe Sorte? Voll langweilig, Alter. Oh, shit, Christoph! Oh, wenn das noch kaputt ist, ist es noch ganz. Okay. Äh, ne? Ne? Von Handy auf dem Handy abgefilmt, cool. Hä? Er hat das mit dem Handy gefilmt und hinter ihm einer hat es mit dem Handy gefilmt, um es dann hochzuladen, statt dass das hochlädt was... Ach, lass mich in Ruhe. Oh, ja! Hä? Ah, das kenne ich, das kenne ich zu gut. Oh, shit. Also nicht bei mir selber, aber wir sind mal mit dem Auto gefahren und der Fahrer sagte so zum Kumpel, dann guck mal, ob mein Rücklicht hinten an ist oder nicht. Kurbeln am Fenster, also schon ewig her, da waren auch solche Kurbeln am Fenster, also so ewig auch nicht, aber das Auto war ewig her, ja, doch, glaube ich, zehn Jahre oder so. Er kurbelt so, aber er hat das Fenster hochgekurbelt und dann voll mit dem Kopf gegen das Fenster, weil er dachte, das Fenster ist halt offen. Na, oh. Oh, geile Katze. Für was hat die Tür bitte einen Griff, alter? Among Us, Among Us. Schau mal so. Kommt das jetzt in jeder Compilation? Oh, das hat die Fahrt schreit. Ich hab mir so oft gedacht, ey, komm, das probier ich jetzt auch mal, aber genau wegen sowas hab ich's dann doch gelassen. Ich wollt grad sagen, Alter, was ist das für ein Schwebeauto? Partizende für ihn. Oh. Warum macht er das? Hä? Hä? Muss ich das jetzt kapieren? Hat er jetzt auch noch in die falsche Richtung gefilmt? Warum ist da eine Kuh in dem Wohnmobil? Wow! Warum passiert das so oft? Ey, 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 stop it! Why? No! Hehehe, der war gut! Oh, oh. Oh, oh. Da passiert ja eh nichts. Wir haben immer früher die Zunge an der Batterie gehalten. Hehehe. Ob das ein böses Omen ist? Oh, schmeiß nicht in die Linse, schmeiß nicht in die Linse, okay. Er macht das genau wie ich beim Dartspielen. Immer auf die 19 schmeißen. Weil, wenn du daneben schmeißt, kriegst du wenigstens noch drei Punkte. Wenn du auf die 20 schmeißt, dann kriegst du halt bloß einen Punkt, wenn du daneben schmeißt. Ich glaube, die richtigen Profis versuchen bestimmt immer die Triple 20 zu treffen, okay. Aber so immer auf die 19. Das ist das Beste, was du machen kannst. Stellt euch mal vor, er wurde beauftragt, das abzuruppen. Und rupt dann alle Trailer ab und dann wird ihnen gesagt, hey Junge, du bist bei der falschen Adresse. Wir sollten den Trailerpark da hinten abruppen und nicht, indem wir noch Leute wohnen. Äh. Das ist wie wir rochen, Alter. Sehr umweltfreundlich. Jetzt fangen sogar die Tiere schon an, Alter. Ja, wow, ist Teppich. Was hat denn die für eine Mission? Ich scheiß bei ihrem Tropfen. Oh, na viel Spaß. Jo, und ich will dann den Apfel pflücken. Wundere mich, was da für Käfer dran rumgefressen hat. Biologica. Alles klar. Äh. Also ich könnte mich irren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man die Dinger eigentlich draußen verwenden sollte. Genau damit die Kameramänner nicht erschlagen werden. Oh. Hä? Na gut, Fahrrad, die hat's nicht geschafft. Oh. Wie würdest du den jetzt da rauskriegen? Hä? Au! Was kann der Kameramann jetzt dafür? Das Ding bricht einfach ab in die falsche Richtung. Au. Wird das echt so da drauf gemacht? Oh mein Gott. Einfach abgehoben. Gehoben. Hä? War auf dem Fernsehen auch nichts zu sehen? Ist da nichts zu sehen dann? Warte mal, ich hab schon lange nicht mehr wie er gespielt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da auf dem Fernsehen trotzdem was zu sehen ist oder nicht. Was ist das, Alter? Voll grün, Mann. Komisch, jetzt im Winter klebt kein Klima-Terrorist auf der Straße. Habt ihr das schon mitbekommen? Ich hab jetzt nichts mehr drüber gehört. Oder die sind endlich out. Junge. Das war einfach Jackie Chan 2.0? Okay. Warum haben die eigentlich immer eine Tür offen? Ich glaube, in Deutschland wirst du dafür bestimmt bestraft. Die fallen alle oben. Totstellen, Gefahr lauert. Oh mein Gott. Was hat der getroffen? Oh mein Gott. Oh mein. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Wie? Was hat der? Hä? Wie instabil ist denn die Scheibe? Oder was hat der für einen Schwung drauf gehabt? Hä? War das jetzt real? Oh shit, das war's. What? Was macht der? Hä? Was war das? Ey, das ist aber auch bei jedem solchen Fight-Spielen, ich hasse es aufs Böse, wenn die Gegner einfach unendlich lange blocken können. Du haust die, es passiert einfach nichts. Oder lassen dann ihren Block los. Du triffst sie einmal, die gehen sofort wieder in den Block, aber du selber kannst das nicht. Wenn die dich treffen, machen die erstmal eine Kompo, bevor du dann endlich wieder blocken darfst. Aber du darfst deine Kompo nicht beenden. Oder die holen dich nach drei Schläge aus dem Block raus. Aber nö, Endgegner denken sich so, nö. Das zählt bei mir nicht. Ist ja nicht mal immer bei Endgegnern. Das war auch bei diesem Spiel so hier, aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Jump Force, genau, wo die ganzen Figuren mit drin hast. Yu-Gi-Oh und Dragon Ball und Naruto und so. An sich war das Spiel eine geile Idee, die Umsetzung war bloß ziemlich schlecht, fand ich. Und das Kampfsystem war nicht gerade geil, weil die Gegner, die standen halt permanent nur im Block. Ich hab's erst auf schwer gespielt und dachte mir, okay, schwer, bei solchen Spielen schaffe ich eh nicht. Jo, aber die Gegner stehen permanent nur im Block. Du kannst die nicht durchbrechen, Alter. Da laufe ich eine Weile rum, damit der Gegner seinen Block loslässt. Mach ich einen Schlag und er schon wieder so ruckzuck. Blitzgeschwindigkeit. Dann stell ich's auf leicht. Genau dasselbe. Ständig nur blocken. Das ist halt einfach nur ein Blockgame gewesen. Oh mein Gott. Ich hab's dann halt einfach rückerstattet, weil das war mir zu blöd. So, ich hab's dann Klaufe, Bitch. Klaufe, schau mal an diesen alten Klaufe hier. Gott. Die arme Uhr. Was ist mit meinem Möblichen Klau, Bitch? Ich hab's mir, Bro. Waaah, Helm, Alter. Der hat das Auto allmannfrei ausgenockt. Aber das kannten wir ja schon. Und das ist auch das Ende. Schade, das war cool. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Bis zum nächsten Mal.